Puh! Beim Gescheitst ändern man etwas bei sich. Oder es lebt sich anders so, wie man es für die Richtung halten. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass man als Frau näher reduziert. Aber es hat niemand gefragt, was mein Mann macht. und er reduziert. Was mir in dieser Rolle als Hausmann am besten passt, ist, dass ich mir die Arbeit alles selber einteilen kann. Aber so nervig die Hausfrau bist, wir sagen schon, jetzt bin ich mehr die Hausfrau oder du. Das finde ich im Moment so spannend, die Frage, ob ich den richtigen Karten habe oder müssen grosse Strukturen verändert werden? Das ist etwas, was mich aufregt, dass man als Frau in Anführungszeichen darauf schauen muss, und mit der Familienplanung oder Ruf, und das realisiert man gerade. Eine Mutter wird immer eine andere Beziehung zu ihren Kindern haben, als dass ein Vater hat. Der Mutterschaftsurleben ist jetzt 14 Wochen und dann hat sie gefunden, gut, wenn ich dann wieder zurückkomme, würden sie mich bitten, die Firma zu verlassen. Klar, ich will voll da sein für mein Kind, aber ich will auch von mir da sein. Nur weil ich eine Frau bin, ist es nicht, dass ich da rein kommen muss und den Stäbsauger in die Finger nehmen, oder weisst du? Hehehehe Hehehehe ich will das Ganze Vielen Dank.